Drei Tote und ein Komapatient. Das war die Bilanz der Blutnacht von Hiddensee, die die Ostseeinsel zwei Jahre zuvor erschüttert hatte. Die Meldung vom Amoklauf hatte es bis in die Tagesschau geschafft, kurz vorm Sport. Außerdem hatte eine Boulevardzeitung in großer Aufmachung berichtet und den Begriff der Blutnacht geprägt. Nach den Beerdigungen war es wieder still um die Morde geworden, vor allem deshalb, weil es nie zu einem Prozess gekommen war. Denn ausgerechnet der mutmaßliche Täter lag noch immer im Koma und mit ihm der Fall. Anlässlich des Jahrestages der Tragödie wollte eine norddeutsche Regionalzeitung eine Doppelseite über den Amoklauf füllen. Natürlich riefen sie eine Expertin für solche Artikel an. Doro Kagel. Mich. Meine Finger huschten in geübter Manier über die Tastatur. Neuendorf auf Hiddensee vor zwei Jahren, am 2. September 2010. Zwei Frauen und ein Mann treffen im Haus Nummer 37 ein. Zu Besuch kommen Jasmin Germinal, 35, Gelegenheitsarbeitslose, Leonie Korn, 38, Erzieherin und Timo Stadtmüller, 33, Autor. Sie folgten der Einladung des Architekten Philipp Lothringer, 45, und seiner Frau Genoveva Nachtmann, 43, ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Montag bei ihnen und ihrer fünfjährigen Tochter Clarissa zu verbringen. Die in Kambodscha gebürtige Haushälterin Frau Nien Nan, 67, ging fast täglich in der Nummer 37 ein und aus. Wie sie waren auch ihr Mann Viset und ihr Sohn Jim in die Ereignisse verwickelt, die in der Nacht vom 5. auf den 6. September stattfanden. Ich seufzte und löschte den Text. Auf der Suche nach einem neuen Anfang saß ich wie so oft inmitten meines Schlafzimmers, das auch mein Arbeitszimmer war, vor der Maschine, in deren großes Auge ich unentwegt starrte. Nicht selten elf oder zwölf Stunden am Tag. Stunden, die ich damit zubrachte, andere Artikel als diesen zu schreiben, und doch irgendwie immer dieselben. Artikel über tödlich verlaufende U-Bahn-Schlägereien, Vergewaltigungen, Ehrenmorde, Prostituiertenmorde, Morde der Russenmafia, Berichte über den täglichen Wahnsinn, der in den Gerichtssäelen der Hauptstadt und des weiteren Umlands angeschwemmt wurde, wie ausgelaufenes Schweröl, das einem den Atem nahm.